hallo und herzlich willkommen heute zu meinem hall ich habe ein bisschen viel gekauft in der letzten zeit ihr seht ja der hintergrund bin ja umgezogen und der platz heißt gleich mehr sets ja nicht zwingend mehr sets aber eher sagen wir mal ein bisschen rekonstrukten das heißt ein paar sachen fliegen raus ein paar sachen kommen rein wenn ihr hier hinten mal schaut da ist ein brauner karton und das sind alles sachen die weg kommen habt ihr vielleicht auch auf meiner zimmertour gesehen ja und ich fange jetzt mal an mit einigen sets ich kaufe immer so ein bisschen themenbezogen ist also so wo ich gekauft habe und ich fange an mit einem vom letzten lego masters gab es bei smith toys gibt es ja immer wenn man über 50 euro kauft 10 euro rabatt bekommt und da habe ich zwei sets zusammen gekauft nämlich einmal dieses wunderschöne indianer jones set ja da habt ihr einmal hier die vorderseite auf der seite sieht man kann die flügel vom flugzeug abnehmen um die szenen nachzustellen die vielleicht bekannt ikonisch aus dem dreht indianer jones film das war das eine set und dann habe ich ein zweites set mit dazu gekauft nämlich das hier ja aus dem allerersten jones auch sehr cool was ich nämlich was mir nämlich gefällt hier figuren dabei sind weil ich die salar figur gerne haben wollte auch hier sieht man gibt so diverse features spiel features die man machen kann finde ich sehr sehr cool so das waren die beiden sets das war der most recent also der aktuellste 10 euro und ich habe für beide glaube ich noch 42 euro dabei zusammen waren 52 und dann noch mal 10 also für beide 42 euro bezahlt das ist schon echt guter deal finde ich dann schon lange und noch vor meinem umzug ich weiß gar nicht ob ich im letzten haul video drin hatte aber ich zeige es trotzdem noch mal ich habe mir die neue version vom tie bomber gegönnt auch der war unter 50 euro ich weiß gar nicht mehr viel ich da wirklich viel bezahlt habe aber den wollte ich unbedingt haben weil neues design vom tie bomber klingt erstmal cool und natürlich ich kann ein comparison machen vom alten den ich hier habe und den neuen apropos alt und neu auch von smith aber vom mal davor habe ich das hier geschossen auch wieder über 50 euro 10 euro rabatt hier habe ich für beides zusammen oder für dieses set wo beide schiffe zusammen drin sind habe ich dann noch glaube ich 62 euro oder so bezahlt ich meine es war auf 72 schon eh runter gesetzt und dann noch diese 10 euro rabatt und dann war ich bei ganz ganz entspannten lockeren 62 euro und das ist dann irgendwie 40 und fast 40 prozent rabatt daher fand ich einen sehr guten deal jetzt quasi kein direkter deal aber natürlich blubricks wir kennen es ja immer wieder bei blubricks man kauft ich kaufe da immer viel ein leider vielleicht eventuell aber mehr teile ihr habt ja auch in meinem haul gesehen dass ich viele box noch hat mit einzeteilen ich will ja im wald bauen und ich habe ja noch vor burg und so weiter zu bauen und aber bevor ich das gebaut habe ich mir was kleines fürs büro besorgt nämlich ein schweinchen das steht jetzt in meinem büro auf der arbeit auf meinem schreibtisch und das fand ich so cool das habe ich einfach auch mitgenommen ist auch das ist aber schon der ist nichts mehr drin steht nämlich schon auf der arbeit blubricks einzelteile ja einzelteile aber rubix ist halt immer eine menge ich gehe mal kurz alles durch was ich so hier gekauft habe ist ein bisschen was also wir haben hier büsche also zwei wunderschönen grüntönen oder bis dahin so ein braun grünton sogar schon also es geht schon so ein bisschen richtung verwitterung vertrocknet finde ich ziemlich cool dann haben das ganze natürlich auch noch mal in hell geholt ja also in so schönen lebhaften grün aber auch wenn ich es möchte noch mal in einem etwas dunkleren grün ja also da habe ich extra so ein bisschen nicht breiter aufgestellt dann um das ganze so ein bisschen auch mit dem grün und dem braunen bisschen besser abzugleichen habe ich hier noch mal so diese großen blätter und aber auch diese ranken grün dunkelgrüne ranken ranken und diese braunen blätter ach so alles aus dem blubrick store in langfeld ich fahr nicht mehr nach dortmund alles aus langfeld dann hier plates zwei mal drei zwei mal vierer plates in light gray und das interessante ist die waren warum auch immer auf dem grabbeltisch die haben 30 prozent rabatt gab es auf die teile also habe ich davon auch einen ganzen haufen von mitgenommen aber nur jetzt bei den plates dann haben wir hier sehr interessant finde ich immer cool diese ecksteine in dunkelgrau kann man auch immer wunderbar mitnehmen gerade wenn ich jetzt wie sagt vorhab da burgen zu bauen dann habe ich hier sind noch ein paar graue plates drin ich habe nächstes tag war ich noch mal über blicks in langfeld weil ich dachte ah wenn ich schon rabattiert sind diese plates dann kann man die gut mitnehmen hier auch noch ein bisschen braun mit drin für holz und bäume also nicht so gehölz rum haben will was man immer gebrauchen kann sind mauersteine die mauersteine sind hier aber wie ihr seht quasi um die ecke mit 90 grad was ziemlich cool ist wenn man ecken bauen will also daher würde ich sagen das finde ich sehr sehr schick die gefallen mir dabei sehr sehr gut und ich bin auch sehr froh dann habe ich hier noch ein bisschen mehr braun teilweise sind hier diese diese plates hier diese hell diese dunkel sandsteinfarben die waren auch im angebot 30 prozent rabatt da habe ich mir auch eine ganze menge mitgenommen ja für so ein wald kann man nie genug haben genau wie das hier da seht ihr die anderen teile davon das war vom zweiten tag am einkauf das war alles 30 prozent noch mal rabattiert habe ich dann auch mitgenommen ja wie ich sprach vom mauerstein mauersteine kann man nie genug haben hier habe ich dann auch noch wie ihr seht einmal vierer mauersteine dabei aber sonst einmal zwei ja die normale größe die man kennt aber auch die langen fand ich cool gleich mitgenommen ebenfalls mitgenommen habe ich eine ganze menge plates ja die kann man gut brauchen wenn man so plattform auch bauen will will ich ja sowieso und weshalb ich habe ich die solche großen plates nicht in grau gehabt deswegen kann ich die glaube ich ganz gut mitnehmen und bin auch ganz froh dass ich mir die geholt habe und ich werde schon mal mauersteine kann man nie genug haben auch am nächsten tag habe ich noch mal ordentlich mauersteine mitgenommen so das wäre es zum blubricks einkauf war auch teuer genug aber man ist ja immer wieder gerne dann kommen wir jetzt mal zu zwei wir steigern uns mal im preissegment so weise eigentlich müsste ich mich im preissegment steigern habe es aber nicht warum ich habe online was gekauft ich muss mir hochholen eine mysteriöse braune box ja dieser braune box ist eine tüte und noch eine tüte und ihr seht schon und noch eine tüte das ist jetzt kein und noch eine tüte kein lego was jetzt hier kommt sondern das sind alternative klemmbausteine ich habe bei einem händler was gefunden ihr seht sogar mit gedruckter anleitung und das ist ein set was ich eigentlich schon haben wollte aber vom preis sowas von frech ist dass ich nicht eingesehen habe mir das zu holen ich habe mir das castle in the forest geholt aber ich habe es mir importiert meines wissens nach sind da nämlich keine figuren bei das heißt ich habe einfach nur eine wilde ansammlung an steinen gekauft die komischerweise eine burg ergeben deswegen ist das vollkommen in ordnung wenn ja figuren sind ja die geschützten sachen hier sind keine figuren bei deswegen habe ich einfach nur steine die ich einander baue und zufälligerweise lag ich eine gedruckte anleitung mit in diesem karton womit ich die möglichkeit habe mir endlich dieses schöne set hinzustellen ich zeige es noch mal da sind keine keine figurenteile drin das ist einfach nur steine die zufälligerweise genauso kommissioniert in dieser packung gefunden wurden dass ich da überraschenderweise ein set rausbauen kann also hier seht ihr keine figuren drin einfach nur steine aber ich habe da bock drauf ich will das unbedingt bauen weil ich das echt schick finde und dieses bricklink programm ist an sich eine nette idee aber das auf 10.000 zu limitieren und dann im endeffekt landet man dadurch bei einer ja wie soll ich sagen bei einer menge an höher an preis das einem schon schlecht wird also ich glaube unter 300 euro ist das nicht mehr zu kriegen das set und auf die figuren kann ich auch ganz klar pfeifen und wenn die steine qualität hier ähnlich gut ist also mir wurde gesagt schöne grüße gehen raus mir wurde das nicht empfohlen von jemanden auf der seite also auf der seite dort zu kaufen weil das auch von da hat wenn die steine die qualität halten dass das sich das hinstellen kann und nicht auseinander fällt grüße gehen raus an mord briggs habt ja meine reviews meine letzten videos so gesehen dann reicht mir das schon und das waren jetzt weiß ich wie viel teil das sind aber es waren ungerecht 50 euro 55 euro also es ist ja wenn es nicht klappt habe ich zumindest eine ganze menge grauer steine die ich dann wieder für den burgbau nutzen kann besser als bei mord briggs so wir steigern uns ja im preis der nächste die nächste preis steigerung ist auch auf einem import zurückzuführen nämlich ich habe unglaublich 180 euro bezahlt für ein set was irgendwie nicht so wirklich groß ist aber ich wollte es unbedingt haben ich habe mir natürlich von mega constructs ein auto geholt und jetzt kommt das problem dieses auto ist leider ist leider kanada exclusive das gibt es nur bei target oder walmart kanada weiß ich jetzt nicht ich wollte den aber haben weil ich den echt schick finde dann habe ich zum glück jemanden gefunden der das auf ebay verkauft hat für 180 euro au aber ich habe es sind knapp 1000 teile naja 843 sind die cast modellen bei werde ich eh nicht auspacken brauche ich nicht ich habe es nur schon mal aufgemacht gehabt um mal reinzuschauen weil ich habe mich online gelesen dass es hier einige oder einige das set gekauft hatten und es fehlten tüten deswegen habe ich mir die mühe gemacht das schon mal aufgemacht kann ich euch mal eben zeigen wenn es jetzt wieder aufgeht so zack genau und weil wir von man es kennt ihr habt ja mal vielleicht mal livebau videos gesehen mega ist alles natürlich schön mit nummerierung durch die farbe gefällt mir sehr gut dieses blau mit dem gold da habe ich richtig bock drauf da werde ich vielleicht mal wieder ein live stream irgendwann mal in nächster zeit starten um das wieder zu bauen da habe ich nämlich richtig lust drauf was sonst hätte ich mir noch nicht gekauft es gibt momentan noch ein ein ast martin bei amazon und noch ein und noch ein und ein twin will beim ast martin bin ich mir noch nicht sicher weil der ist sehr ja es ist ein aktueller sportwagen und ich weiß noch nicht ob ich den haben möchte oder nicht der ist momentan recht günstig bei 50 euro oder so für 1000 teile oder für 900 teile der twin will finde ich interessant aber der sinkt im preis noch nicht aber ich wütze das aus ich habe gesehen es gibt es in usa gibt es jetzt einen boneshaker in schwarz brauche ich nicht also ich habe einen boneshaker hier in rot und ich fange nicht an wie wild autos doppelt importieren das ist ja wie bei den kleinen autos wo ich ja den boneshaker in rot habe den boneshaker in schwarz könnt ihr meine reviews auch zu sehen und dann gab es den boneshaker in gelb und irgendwann ist auch mal gut und ja man muss ja platz gucken und jetzt kommen wir zum teuersten und ich kann mich noch nicht erinnern dass ich für ein set so viel geld ausgegeben habe ich ja ich habe zwischendurch mal hier ein set für 150 160 euro gekauft ich habe mal großen haul gemacht irgendwie wo ich einkaufen war bei lego und habe dann irgendwie 200 euro gelassen aber mehrere sets zusammen gepuzzelt die ich unbedingt haben wollte ja und jetzt gab es ein doppeltes vip wochenende plus ein interessantes goodie ein interessantes gwp und alle denken jetzt kommt hier diese kleine hexenhütte aber nein weil die habe ich original da hinten drin stehen da hinten da steht die sogar und ich fand das remake gar nicht so cool sonst weil der warum auch immer deckt der zauberer nicht bedruckt ist ich habe hier schon wieder sinnlos aber das hier wollte ich haben weil das fand ich cool eine kleine pirateninsel mit einem kleinen pirat einem schatz und allen möglichen ja gut dies hier die rückseite und das ding will ich ganz gerne bauen erstens weil ich den piraten vom torso und so weiter ganz cool finde und die idee des sets kann man ganz gut irgendwo auf dem schrand oder irgendwie meiner wasserfläche die ich bauen will integrieren so wenn ihr das seht dann können für die diejenigen die sich auskennen wissen vielleicht schon welches set jetzt kommt wollte ich haben fand ich geil und ihr habt ja in meinen reviews gesehen von meinen alten sets ich habe ja eine ganze menge vom ritter kram verkauft auch von den alten sachen löwen ritter und so weiter wollte die auch eigentlich gar nicht mehr sammeln deswegen habe ich die ja verkauft weil ich die alten sachen nicht vollständig hatte und da fehlt mir gerade die großen sets aus da fehlt mir teilweise die burgen und das ist einfach nicht zu finanzieren also diese alten burgen ich habe da hinten sieht man jetzt da hinten habe ich nämlich die ritter sets der mitte 90er und sie aber diese ganz alten aus ende der 80er anfang der 90er ritter habe ich nicht dafür die piraten dann als kind und habe dann gesagt ja dann kommt das alles weg und jetzt ist ja einiges wieder zurückgekommen hier oben seht ihr die crater burgen habe ich ja dreimal da will ich eine große draus bauen für die faltenritter und naja wenn ich für die faltenritter eine burg brauche brauche ich ja auch eine burg für löwenritter oh gott ich kriege das gar nicht aus video aber hier ist das last die löwenritter burg und die ist verdammt schwer die habe ich mir geholt ja doppelt vip ich habe meine ganzen so viele punkte wie ich konnte auch noch darauf eingelöst weil ich wollte halt maximal oder ich wollte halt nicht so viel bezahlen ja und was soll ich sagen jetzt habe ich die burg hier die werde ich auch mal irgendwann bauen im stream denke ich mal habe ich auch richtig bock drauf genau wie diese faltenritter burg und deswegen habe ich mir auch diese castle in the forest gold weil das wird für meine ritter für meine nee für meine wie heißen sie jetzt meine robin hood fraktion sozusagen dafür wird das quasi die burg die kriege auch eine eigene burg und dann will ich noch eine burg hier aus diesen teilen bauen also mir selber auch noch eine überlegen da habe ich auch habt ihr ja gesehen beim ja beim 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 room bei der room tour dass ich da auch dran bin ja das war's für diese woche für nächste woche habe ich nämlich auch ab nächste woche habe ich was interessantes geplant ihr habt ja gemerkt vielleicht diejenigen die immer mal reingucken in meine videos das ist jetzt erst mal weniger geworden ich mache montag noch einmal die woche im video dabei wird das auch bleiben weil ich nicht mehr so viele alte sets habe ich habe noch drei fraktionen eigentlich oder na ja zwei die ich auf alle fälle noch verkaufen werde ich auch noch zeigen werde und die restlichen weiß ich gar nicht ob ich die noch zeige weil ich die momentan behalten will meine idee war ja immer zu zeigen was ich verkaufe oder was ich was ich habe und damit zu verkaufen jetzt habe ich aber nicht mehr so viel zu verkaufen also der ganze anfang mit den ganzen vielen city weltraum und so waren alle damit ich die dann verkaufen kann und damit ich für mich auch auf youtube die erinnerung habe das hat habe ich mal besessen oder das war mal in meinem bestand ich hatte mich da ihr habt ihr in der room tour gesehen ja die ritter die sagt jetzt einen schrank weiter gewandert dadurch noch mal irgendwie lust darauf die weiter da in den schrank zu packen dann habt ihr die piraten gesehen mit den gouverneuren von den 90ern deswegen auf alle fälle behalten da seht ihr hier da auch noch ein bisschen was weißes von den durchschimmern dann habe ich aber noch insulana die werde ich da fehlt mir so das größte set und das ist viel zu teuer das werde ich nicht damit ist werde ich nirgendwo mehr mehr kaufen dass die preise in eckern zu hoch gestiegen und ich habe alles jetzt bis auf das größte und die anderen sets darunter die werden jetzt vorgestellt und danach und das ist da hinten auch in der kiste drin deswegen muss ich die ja auch noch so ein bisschen sondieren das meiste davon ist ja schon mal hier vorgestellt worden was davon dass da drin ist was wegkommt und da kommt und jetzt trommelwirbel lego technik ich habe auch ein paar lego technik sets habe ich als kind jugendlicher nie viel mit gespielt und die kommen jetzt aber auch weg also die bin da bin ich jetzt quasi am auch im aussortieren bei technik muss ich mal gucken wie das mit den reviews mache weil man hat ja quasi ich habe ja teilweise muss man sich mal vorstellen ich habe da alte lego technik sets mit einer anleitung wo ich fünf verschiedene modelle aus einem bauen kann da muss ich mal gucken wie das mit den reviews machen also das wird sich ein bisschen ziehen ich habe jetzt ein bisschen vor produziert also ihr habt ja irgendwie das haul video gesehen und jetzt in real time bin ich jetzt nur zwei wochen oder so weiter wo ich schon wieder hier umgeräumt habe weil mir das nicht gefiel aber ihr auf youtube hat durch einen längeren zeitraum deshalb jetzt ein bisschen vor produziert und werde dann entsprechend ja werde dann entsprechend mal schauen wie ich das ganze dann vernünftig umsetzen kann dass ich auch die technik sachen gut review aber ich fange dann erstmal mit den insularen ab das heißt ab nächste woche jede woche dann dienstags ein kleines oder ein mittelgroßes insulana set teilweise also auch mit aufkleber noch drauf mit bedruckten teilen mit sehr sehr schicken figuren eigentlich ein cooles set aber wie gesagt ich muss irgendwo abstriche machen und bei denen mache ich abstriche weil ich wie gesagt weder die piraten gegen fraktion dazu noch habe noch die reihe komplett und wie gesagt das größte set kann man sich nicht leisten viel zu teuer katastrophe ja ansonsten ja muss ich mal gucken twitch habe ich als auch länger nicht mehr gemacht wann wie wo ich da noch mal groß reingehen werde weiß ich noch nicht vielleicht wieder für baustreams ich habe auch vor ein bisschen richtung cosplay zu gehen hatte ich überlegt damit anzufangen muss ich mal schauen ob es dann vielleicht irgendwie so ein stream gibt dafür müsste ich dann aber hier noch entsprechend alles einrichten umbauen und so weiter und so fort in diesem sinne ich danke euch vielmals für eure aufmerksamkeit waren jetzt schon wieder fast 20 minuten ich hoffe es hat euch gefallen und ihr freut euch nächste woche auf die insula da bis dahin macht's gut